Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Forest mit dem Victim of Games, dem Hanni und den Phoenix, Darko, der Christian. Und ja, wir haben schon wieder irgendwas gehört gehabt. Erstmal schnell hier kurz hinsetzen, wegen Ausdauer und so. Absam. Was? Absam? Ja, Absam. Ja, warte, kann ich auch? Ne, hier, warte mal. So, ja. Ich hab schon alles gemacht. Ja, ich hab mir grad noch, äh, bei mir stand noch ne Dings drin, ne, Alu-Fee-Ära. Wäre da mit da? Ja. Achso, es ist ja dunkel. Hat ja nicht wirklich viel zu machen, ey. Obwohl, ich glaube, wenn wir relativ drinstehen, ne, also auch in der Hütte, da kommen die Typen nicht und tauen nicht und so. Ja, wir machen einfach rüber. In der Folge, die ganze Zeit ne Dings, wo wir uns gehen. Wohin? Ich geh rüber, ich mach Holz. Ihre Feiglinge. Das ist mit Feiglinge, ich tu ihn nicht los, schon die ganze Zeit. Von oben lang. Das lass ich dich nicht hoch. Mit, ja, aber ohne Lockslet. Oder, ach nee, du hast ja noch einen drüben stehen, ja. Ich hab noch einen drüben, den nehm ich aber. Ja, kannst du doch. Den hab ich nämlich voll gemacht. Ich muss einen anderen, den hab ich doch wieder einmal gefuckt, weiß ich. Ich kann dich doch schon wieder in den Arsch fahren. Im Dunkeln ist so geil zu fahren. Hm, vor allem, ich muss den erst mal finden. So, da knallen wir jetzt erst mal ein bisschen Holz weg hier. Ich find mein Lockslet nicht, da kann ich ja Holz hacken. Ihr seid ja ein bisschen weiter rechts, ne? Ja, ja. Ah, hier steht er. Geil. Und da siehst du nichts, weil der kein Licht anhat. Das ist ja voll für den Arsch. Da ist Bank. Vielleicht sollte man bei der Bank auch noch ein bisschen, äh, Licht hinmachen. Weißt du, wo sie steht? Oder soll ich das jetzt nur hinmachen, weil du nicht weißt, wo es ist? Nee, du, du, du. Ich seh's ja, aber das Problem ist einfach, die Baum stümpfe nicht vor dir. Weil wenn du jetzt gerade hier so voll den Berg runter heizst. Boah, Alter, einen Stein nach anderen. Elm macht das viel mehr Spaß. ich mache nicht so kurz wegen der ausdauer warten aber das nervt jetzt machst du es euch wieder an wenn du da weg bist hier steht die band arsch geige und holz außen müsste echt an diesen wagen die musstest du echt irgendwie anzünden können auch wieder ausdauer trinken und hummer gleich noch das ist ja ich hab ja drüben gerade erst gegessen wo wir losgelaufen sind hier bei mir ist der baum fällt gerade auf den drauf ne doch nicht ich bin tot fast ich bin tot zu den gerade oder so ja ich versuch es gerade darf nur gerade ein bisschen außen rum also so vom berg aus weil sich essen du sollst sie wiederbeleben komm nochmal zurück das geht ich kann ich schon nein das war es 35 so naja pack mal medizin ein was gibt es hier gibt es nichts mehr noch nicht mal eine axt kein essen keine axt kenne ich kenne ich so gut schätze ich sehe ich gerade gar nicht so die fischer sind gerade voll auf den sack da sind sie stehen alle bei mir ach alter das ist doch nicht euer ernst versuch um abzulenken ja aber riskier nicht zu viel die ist schon so gut wie tot auch tot oder was aber hinter mir sind sie ja scheiße was nicht mehr ich kann nicht dran weil hier so viele typen sind ich habe alles wieder ich habe alles wieder auch weg lauf weg erst mal scheiß drauf auch sie runter mit zur falle so ich muss erst schnell medizin nehmen so und schnell was essen so alter wie hardcore einfach nur aber da kommt schon wieder was laufen die falle wenigstens rein ich bleibe hier stehen dass ich es gleich reaktivieren können die wissen schon dass sie gegen stein laufen oder ja ja richtig viele ok ich komme glaube ich auch mal zu euch da oben sind noch 2 hier unten sind 2 3 sind da oben ach die scheiße ich bin ja noch ein bisschen behindert ok und noch ein paar mehr hin wollen hier drüben alter zurück hier kommt noch welche geh weg was sind sagen puh es sind hier 3 typen und ein bisschen zu Wasser hau ab alter was ist denn hier zur zeit los ob länger abstand also jetzt geht der blutrand um mich rum nicht mehr weg Gott, mich schüttelt es schon wieder. Ich sicher mal von hinten ab. Alter, das ist doch übel, was jetzt hier schon wieder los ist. Müssen hier unten noch ein paar Pfeilen bauen. Wann geht es hin oder okay? Gehe ich auf den anderen. Oh, der hat Medizin und was zu trinken droppen lassen hier. Ja, das möchte ja wohl auch sein, oder? Dabei war ja klar. Sind die in der Nacht stärker? Kann das sein? Keine Ahnung. Sieht bei Werwolf mit Mondlicht wahrscheinlich hinter uns. Oh, hier hat grad übelst was geschrien. Leute. Aber... Richtig rechts sind es so... Hä? Hä? Was war denn das? Was? Ein Holzgeräusch, als ob irgendwas kaputt geht. Ein Baum ist gerade gefolgt worden. Okay, das... Ihr Spalte! Dum dum dum. Dich sind wir wieder zurück. Wäre cool, wenn du dich hier skillen könntest. Hm. Wird erstmal die Auster hochgeskillt. Das kannst du mal glauben. Auf jeden Fall. Und die Stärke, dass ich mit Einschlag die Bäume weghacken kann. Dass die rüberfliegen bis zur Basis. Hehehe. Da läuft mir doch keiner hinterher, oder? Oh doch. Tut er. Geh weg. Muss erst was essen. Vorher kann ich nicht meddeln. Hm. Battle. Mit leerem Magen kannst du nicht... Hier steht noch ein leerer Lockstlett, ne? Ja, ich hab grad noch hier... Oh, der fällt auf mich. Uh. Könnt ihr mir mal irgendjemand in die Kommentare schreiben, warum mein Charakter immer so übelst zittert. Es nervt. Ja, du? Na, alles. Ich denke manchmal, ich höre immer auf welche Sachen, aber dabei ist hier gar nichts. Das ist... Warum kannst du die doch nicht fällen? Das ist doch wieder so. Und auf geht jetzt eine neue Runde, Runde. Oh, oh. Hast du das Bullen auch gar nicht mehr? Ja. Ja. Wo bei euch drüben? Ja. Also, ich glaube so ein Grauer. Immer mit so'n krassen Schrei drauf. Ich zitter schon wieder. Das hört schon mal gerne. Ich zitter schon wieder. Ich hab übelst Angst. Nee, das nervt. Da wird's einen schlecht mit der Zeit beim Zocken. Ach, Mann. Zwei Kannibalen bei mir. Echt keine Ruhe mehr hier, ey. Weiter hin. Und da kommt noch einer. Ja. Ach, das ist schon wieder so'n armen Typ. Ja. Na ja, macht's gut. Ich bin bei der Falle. Ich kann hier drüben bei mir nicht weiter arbeiten. Ja, komm hierher. Hier gibt's noch genug. Ja. Und es wackelt schon wieder. Ich bin überall hin. Jetzt hauen sie alle wieder ab. Einer kommt zu euch rüber. Okay. Ja, ich seh schon. Soll ich mit'n Haufen. Boah, jetzt steck ich schon voll und mir rufest. Eieieieieiei. Geh durch. Geh noch mal. Boah, da oben läuft auch schon wieder einer bei uns an der Basis rum. Sag mal, was ist denn hier los? Wissen die doch eigentlich schon alle ausgerottet haben? Ja, mittlerweile schon. Halt deine Schnauze. Bäh. Warte mal auf. Komm her. Da ruht auf mich. Bring doch mal hier rauf. Alter, nein! Ah, schon wieder zwei. Oh, oh, oh. Der hat mich erlegt. Ich bin gut. Warte, 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 warte. Vor der Basis. Ja, ich steh schon. Drei Kannibalen. Da hinten kommt der vierte, fünfte. Und tschüss. Ich bin ja schon lange nicht mehr am Flugzeug gespannt, ne? Äh, was? Ich hör noch so einen Krauden. Wo ist er denn? Ach, da hinten ist er was hin. Hau ab! Der ist übel, ey. Der hat mir zwei Schläge gegeben oder so. Komm, 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 mach ich. Komm, 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 komm. Oh, Alter. Ich bin fast tot. Vorsicht! Hier ist noch einer. Ich bin auch fast tot. Warte, 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 warte. Ah, jetzt bin ich tot. Warte, warte, warte. Ich muss mich ganz schnell nur heilen. Same. Heilen, heilen, heilen hier. Bam, rein. Ah, bitte nicht wieder vom Flugzeug aus. Mann. Warte, warte. Komm mal, komm mal, komm mal. Zwei, Alter. Willst du mich verarschen? Ja, rein. Einfach nur rein. Du sollst jetzt diese blöde Fallen laufen. Ja, normal. Ja, lauf rein. Ja, einer zu dir. Noch den zweiten, den zweiten. Warte mal, der geh schon rüber auf die Brücke. Was? Oh, verdammt. Schmeiß du mir das Feuer denn? Das geht so raus. Scheiße Pisser. Geht mir auf den Sack. Alter, wie viel der einfach einsteckt. Oh Gott. Oh Gott. Die sind ja wieder niedergelegt. Ey, wir brauchen hier vorne noch mehr Fallen. Die brauchen wir mindestens noch hier. So, so in dem Bereich noch eine. Die laufen hier viel zu viel hier rum. Und die machen die Dinger kaputt. Die schlagen, die zerschlagen die Dinger. Hier. Du musst schon wieder alle reparieren. Wolltest du meine Blaufhaus nicht? Das geht mir jetzt gerade voll auf den Zünder. Mann. Oh, der hat Schokoriegel droppen lassen. Schön. Bei mir droppt da nie was. Ich krieg da echt die Krise. Äh, kann ich die andere mal hier noch so neben, gleich hier hinsetzen? So hier neben die Auslösfalle? Naja. Wollen definitiv hier mehr Fallen, ey. Das ist gar nicht. Ich krieg das nicht hin. Ich kann das nicht aufnehmen. Das kommt. Dann schüttelt's mich. Dann sind wir richtig schlecht. So, ich glaub ich hab noch einen vollen Waren drüben stehen. Vier Stämme, naja. Was überzeugt dich nicht so? Diese Palisaden. Boah, Alter, wo ist denn das Scheiß? Ach so. Gehen wir mit hier? Ja, es ist halt aber ein Doppelschutz. Bevor sie an die Mauer herankommen, weißt du, wieso. Stimmt schon. Ach, die Graben zerklatscht. Ja. Oh, da oben rennt schon wieder eine Stimme. Ich wollte noch was trinken. Scheiße. Essen. So. Baut ja mal bitte noch diese eine Falle mit den vier Dingern danach fertig, wenn die rüberkommt. Hier ist doch schnell was trinken und kommt dann auch wieder rüber. Ja, ja, ja. Ach, jetzt ist es kein Wasser mehr, das ist doch hier. So. So Porno geworden ist das Spiel, gell? Bikis einsammeln. Alter, ich krieg hier nen Hals. Ja, da drüben rammelt schon wieder eh noch. Einer ist schon reingelaufen, warte mal da durch, die Falle gleich wieder. B-Rammeln hier schon wieder rum, da müssen wir noch ne zweite Falle nochmal hinbauen. So, da steht mein Wägelchen. Boah, da kriegt's doch schon wieder was. Ja, ja, ja. B-3 Mann hab ich schon gesehen wieder. B-3 Mann hab ich schon gesehen wieder. Das war nicht immer so hässlich. Die Ausdauer, die müsste echt besser werden, ey. Toll, ihr seid jetzt drüber und an der Brücke steht jetzt einer. Na komm doch her. Alter, wieso löst denn die Falle nicht aus? Willst du mich verarschen? Bei mir geht's. Na komm. Ja, das ist bei mir auch schon die ganze Zeit so. Ich such den oben aus. Meine Fresse. Boah, Alter. Warte, ich komm rüber. Der läuft nicht in die Falle rein, jetzt haut er weiter ab. So, naja, ich hol mir meinen Schlitten und dann geht's rüber. Nein, doch nicht. Warte, 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 komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Alter, was jumpt denn der hier rum? Guck mal ins kleine Dörfchen nach vorne. Du bist von der anderen Seite, komm du Arschloch. Willst du wieder was trinken? Willst du mal die Effet schießen? Mal wieder auf die kleine Haken da drüben. Ich höre, dass der von oben kommt vielleicht. Kommt er. Da ist er, jawoll. Alter, wie der fliegt, Alter. Ich hab's schon gesehen. Ach du, jetzt hängt er wieder, oder was? Hier sind zwei. Oben ist auch noch einer. Komm her. Jetzt lauf rein. Was? Ey, Alter. So, jetzt konnte ich ein Video machen. Ha, ha, ha. Jetzt schicke ich dir gleich mal, wie das aussieht, Hanni. Wir können ja gerade eh nix hier machen. So, ich schicke nochmal schnell ein Video an Hanni. Ey, es interessiert mich echt mal, wie das bei dir aussieht, weil wir... Alter! Alter, Vorsicht! Was? Ein Schlag? Ne Dose. Danke. Ey, ich krieg hier... Ey, ich krieg's kotzen. Ich krieg hier echt nie was. Das ist so ein Kackspiel, ey. Weil den droppt immer alles und ich krieg hier nichts. Nichts. N-U-S-C-H-T. Nichts. Oh, da ist schon der eine. Oh, jetzt wackelt's schon wieder. Ich krieg die Krise. Alter. Schon geschickt? Ich, äh... Es schickt grad weg, ja. Ja, okay. Dann gleich mal. Kann ich jetzt meinen Lox... Ich hol jetzt ganz schnell meinen Loxlet und dann mach ich erst mal rüber. Ein geschehenes bisschen makaber, dass du mir die Füße aufhängen kannst und essen kannst. Ja, äh... Haben sie nicht anders verdient. Die Bastardos! Ja, hab ich's wirklich verdient, Füße zu essen? Uff. Deine Falle ist schon ausgelöst. Und? Ja, ich wusste die aber ein bisschen weiter davor bauen, dass wir vielleicht die Chance haben, dass wir wenigstens eh nicht machen können, weißt du? Hier rennt auch schon wieder einer rum. Der... Oh, der trischt schon wieder da drauf ein. Alter. Die sind besser. Kann man mal am hundertsten, äh, 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 Abonnent, kann man dann, äh, den Gewinnspiel machen. Wie oft haben wir ungefähr Alter in the Forest gesagt? Bei allen Folgen. Alter. Das zählt übrigens auch. Genau. Werde optimal. Hier ist noch... Und was gibt's zu gewinnen? Ein Steam Key. Holz. Steam Key. Mich schüttelt schon wieder, Alter. Ja, ne, kommt ja drauf an. Äh, äh, sag ich mal, wer eben halt dann ausgelost worden ist oder wer gewinnt eben halt, wer am nächsten dran war. Dass derjenige, wer weiß, vielleicht hat er nur ne Playstation 4, eben halt ein PSN Gutschein oder so scheiß. Wäre da eigentlich ne Idee, oder? Ja, schauen wir mal. Ist auf jeden Fall was drinne, also immer fleißig zuschauen. Bei uns gibt's auch mal was. Ja. Ach, ich will den Waren doch gar nicht machen. Wir, wir setzen uns dann nur bei Skype zusammen und dann... Frühschoppen bei Skype. Frühschoppen. Von früh bis abend nur Forest-Videos gucken. Was mach ich denn jetzt? Ich tue grad unsere Welle reparieren. Eigentlich ne gute Idee. Ich glaub ich auch noch ein bisschen Baum hat. Wir müssen eigentlich genug haben. So viele Bäume, wie wir schon wieder weggeholt haben. Ich hab 26 Grad rausgeholt aus dem Topf. Also aus dem vordersten Topf. Wir haben ja noch einen. Ach, die Falle ist schon wieder ausgelöst. Okay, ich hab 41. Ich glaub die Falle... Also entweder bist du reingelaufen, Christian. In einer Falle bin ich grad eben reingelaufen. Gut, dann war das die. Die hab ich aber grad eben ausgelöst. So, ich hol mal noch das andere Harz. Oh, ich hör schon wieder übel zu schreien, ey. Okay. Also brauchst, äh, brauch ich jetzt nicht rüberkommen. Oh, 30, 30 Baumharz mit einmal. Oh, ja. Was ist denn? Oh, die rammeln mir schon wieder voll hinterher. Wer? Wer? Wen lege ich mich jetzt nicht an? Habe ich echt kein Wied. Ich muss mich einsetzen. Dum 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 dum. Hey. Ich werd grade mein, mein Schlücken voll gehabt mit Holz. So penetrant. Echt. Ich bin echt langsam mal wieder dafür, dass die, die updaten und dass das Holz wieder, dass die Bäume wieder dastehen. Ja, es dauert aber noch ein paar tägchen. Also gut. Wenn unsere Zuschauer das sehen, ist das Update dann bestimmt schon draußen. Ja, da haben wir aber schon wieder alles weggeholzt. Mit den Videos. Oh, wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Sonst zieh's mir irgendwie länger vor. Pflanzen hier einsammeln. Tja. Drinnen haben wir ja auch noch unsere kleine Plattform, ne. Die müssten wir auch noch fertig machen. Guck mal schnell noch, ob ich hier draußen die Falle zurücksetzen kann. Achso, Leute. Ich rammel nochmal schnell rüber zum Camp. Ich... Dingswumms. Willst du das nicht erst in der nächsten Folge machen? Dauert nicht lang. Das geht noch ganz schnell rüber. Ich will nur schnell. Weltdorf-Kochtelsmann. Der sitzt genüsslich hier auf der Bank. Ja, ich guck grad. Ähm, Craften. Ich hab grad irgendwie... Orangene Farbe. Crafted. Ja, Marigold und Baumharz. Wolltest du die Autriksmalung machen, oder was? Ich weiß nicht, ich bin grad am testen, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Ah, ich hab ein orangenen Stick. Für? Ja. Das ist eine einzige Flasche. Eine einzige Flasche. Eine einzige Flasche liegt hier. Ich kann... Vier Flaschen hab ich noch. 61 Baumharz hab ich noch. Äh, Baumharz hab ich 157. Krasse Action. Ha, 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 ha. Hä? Guck mal, sag mal aus. So ein Stück. Bei mir ist dann nix orange. Das ist ja doof. Oh, das ist wirklich 157. Vogel? Ach ja, Hund. Das ist ein 1 im Tippbaum. Stamm. Cool. Also haben wir noch viel zu reparieren? Nö, eigentlich nicht. Ich bin soweit rum. Hier müssen wir die Falle noch aktivieren. So, ich würd schon sagen, muss ich mich schon wieder erinnern. Wird die auch? Beaktivieren? So. Kann ich aktivieren, oder was? Bei mir sind alle unten. Ja. Achso, die, 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 ach, die Schlaufe hier. Ne, die ist oben. Die kann ich aber auch nicht reaktivieren. Wollte mich das auch grad gucken. Die auch nicht hier, gell. Da ist nämlich auch Schlaufe nach oben. Ja, die gedacht, die können wir machen. Hier vorne, die, äh, geht immer noch nicht, oder? Ne. Ich kann die hier vorne nicht reaktivieren. Oh. Ne, ich kann auch nicht. Na ja, dann machen wir halt erstmal ein Folgenpäuschen. Lacken wir schon nochmal schnell hin, ganz kurz. Ich speichere schon mal. Aber ohne Mist, wir müssen doch echt langs, ob die ganzen Leute hier ausgerottet haben. Ja, aber du hast ja gesehen neulich, sind sie ja direkt vor mir gespawnt. Das ist ja das, äh, hm. Ja. So, meine lieben Damen und Herren. Das war auch wieder eine weitere Baufolge. Bei The Forest mit dem Phoenix, Darko, dem Christian und den Victim of Games, Hanni. Und meine Wenigkeit, der Ostwind. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ähm, liken, kommentieren, abonnieren. Ähm, ihr habt das ja drauf. Ihr könnt das ja, ne? Also, haut rein bis zum nächsten Mal. Und, äh, ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir so ungefähr fertig werden. Mit dem Bauvorhaben hier unten. Oder auch nicht. Bis dahin. Macht's gut, ciao! Tschüss. Besrokowski!